Hallo ihr Lieben, die Weihnachtszeit kommt ja wirklich schon mit großen Schritten auf uns zu und für alle diejenigen von euch, die gerne ein fertiges Kit für euer Dezember Daily oder Dezember Tagebuch oder einfach ein schönes Weihnachtsalbum haben möchtet, für die haben wir drei verschiedene, eigentlich sogar vier, denn das eine ist ja schon seit einer Weile im Shop, das ist das das Kit mit dem Stephanie da die Pop-Ups gemacht hat, eventuell sind davon noch welche verfügbar, ich bin da jetzt gerade nicht ganz sicher, jedenfalls jetzt haben wir noch drei neue dazu und die möchte ich euch heute in dem Video zeigen. Wir haben zwei Kids mit Dani Doris und eins mit einem Ringalbum. Farblich würde ich sagen eher klassisch und eher modern, experimentell, aber schauen sie mal nacheinander an. Wir fangen mit genau diesem hier mal an. Das ist das Sparkle Kit, das ist ein Dani Dori Kit. Ihr bekommt dieses Dani Dori in dem Set, ihr bekommt ein Stempelset von Kaiser Craft, mit diesen niedlichen Bäumen und der Kugel und ein paar Texten, Schneeflocken und dann, ich glaube es sind sechs Papiere. Ja, sechs Papiere, alle doppelseitig bedruckt und alle mit einer wundervollen, rosägoldenen Beschichtung. Die Beschichtung ist immer nur auf einer Seite, aber die Rückseiten sind auch sehr schön, aber da ist es trotzdem nur ein bisschen schwer sich zu entscheiden. Wahrscheinlich greift man dann doch eher zu diesem tollen, rosägoldbeschichteten. Hier mit Schneeflocken, Punkte auf der Rückseite, mit so einem Marmor Design. Das Papier hier hat ja eine Glitzer, eine Glitzerbeschichtung und die ist ja auch richtig, gibt auch eine richtige Textur. Also das ist richtig auf dem Papier fühlbar. Ziemlich cool. Und Notenblätter hier auf der Rückseite. Und ein Stickerbogen. Mit etlichen Border-Stickern. Das hier ist ein bisschen schwierig zu erkennen, das sind kleine Pannenbäumchen. Kann man so ein bisschen erahnen. Und dann hier noch mit Texten, Zitaten. Ja, das ist das Sparkle-Kit. Sehr, ja, sehr elegant, sehr schick, außergewöhnlich. Wenn ihr es lieber ein bisschen klassischer mögt oder nein, nicht nur ein bisschen, sondern sehr viel klassischer. Klassisch Weihnachten und gerne in einem Dani-Dori arbeiten möchtet, dann würde ich euch das Kit empfehlen. Das ist das Merry & Bright Kit. Hier bekommt ihr auch, wir fangen auch wieder mit dem Dani-Dori an. So sieht es aus. Bei den Papieren, da bekommt ihr vier Stück. Und das sind alles vier Bögen mit Karten-Designs, die ihr passend zuschneiden könnt. Und die Rückseiten sind dann immer etwas einfach gemustert. Aber in jedem Fall kann man ja auch diese diese einfachen Designs prima in so einem Album benutzen. Und es ist ja auch immer so, dass jeder dieser Texte, jeder dieser Karten wirklich in Frage kommt fürs Album. Also damit könnt ihr wirklich, bleibt mir sehr, sehr viele Auswahl. Da könnt ihr prima mitarbeiten. Und zum Dekorieren bekommt ihr ein Paket-Sticker mit acht Bögen. Hier ganz prima fürs, fürs jeweilige Datum. Das geht bis 31. Wenn ihr also den kompletten Dezember dokumentieren möchtet. Das sind die acht Sticker-Bögen und dann noch ein ganzes Päckchen mit Die-Cuts und die sehen so aus. Ja, das ist das Merry & Bright Kit. Und zu guter Letzt, für alle, die lieber mit einem Album mit einem etwas größeren Format arbeiten möchten, das ist das First Noel, First Noel Kit, weil die Kollektion mit den Papieren First Noel von Kaisercraft ist, heißt das Kit First Noel. Hier bekommt ihr ein Album mit diesem tollen Paillettenstern vorne drauf. Das Album hat eine Ringmechanik. In dem Album sind Dividers und zwar vier Stück. Das passt ja prima für die vier Adventswochenenden. Und dann jeweils eine Canvas-Seite. Ich kann das einmal durchgehen, wie die Dividers auch einzeln aussehen. Jeweils eine Canvas-Seite. Und dann sind hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Hüllen in einem unterteilten Design und zwar für vier mal vier Zoll. Das Album, die Album-Seiten sind dann acht mal acht. So, was ihr an Material dazu bekommt, sind, das ist mehr gewesen, das waren sechs, glaube ich. Genau, sechs Bögen. Die sind, kurz gucken, bevor ich was Falsches sage, nein, die sind nicht alle, doch alle mit einer Goldfolienbeschichtung. Auch hier jeweils auf der einen Seite und die andere Seite ist unbeschichtet. Also, das ist gut. und zu dekorieren auch noch ein bisschen was und zwar ein paket von kaiser kraft können wir einmal schnell durch schnell durchgucken bei einem kleinen kram und vergeht mir dass der mir wahrscheinlich dann teilweise auch wirklich runter fällt oder ich nur unterwerfen und hauptsächlich mal die die großen elemente an aber ihr bekommt dann einen schönen eindruck von dem stil von diesem designs das ist farblich und von den designs halt auch sehr sehr klassisch elegant und wirklich toll für ein weihnachtsalbum ob nun eine tagesdokumentation oder einfach ein album für eure weihnachtsfotos da seid ihr natürlich total frei ja alle drei kids sind für euch im shop bereit ich verlinke sie euch in der infobox unten noch mal kurz die namen dass hier sparkle mary und bright first noel und ihr könnt aber natürlich auch in produktbildern erkennen welches ihr dort habt ich wünsche euch ganz viel spaß damit wir haben auch noch ein bisschen was an inspiration mit den kids mit all diesen kids mein eigenes album kann ich euch natürlich schon mal ganz schnell zeigen ich habe mich für dieses kit entschieden natürlich wegen danni dobi und weil ich dann doch irgendwie bei weihnachten lieber die klassischen farben mag und mein vorbereitetes album sieht so aus ich habe noch einen bogen transparent papier mir dazu genommen und habe den hat das cover so innen gestaltet noch mal von außen ich habe dann dieses transparent papier auf der vorderseite auf diesem cover festgenäht um den rücken herum gelegt und hier einfach nur gefaltet und um die ecke ist es aber einfach ein einfacher adina vier transparent papierbogen dann habe ich meine erste seite gestaltet eine kleine einleitung hin dann habe ich mir hier eine tasche gebaut für wunschzettel und die zettel einkaufszettel was auch immer und dann geht es hier los mit dem tag eins und mehr habe ich auch momentan noch nicht gemacht ich habe einfach nur die die tage reingeklebt ich habe es immer so gemacht damit die seiten nämlich komplett auf wenn ihr das jetzt vielleicht auch genauso machen möchtet ich habe immer für die adventssonntage eine doppelseite eingeplant und für die anderen tage jeweils eine deswegen ist hier der zweite dezember doppelseite dann geht es weiter dritter vierter und so weiter und so weiter und so weiter und dann haben wir beim neunten wieder ein adventsortag und so weiter und so weiter und so zieht sich das bis zum ende durch und bei weihnachten habe ich mir dann das endet ja hier mit einem adventsortag am 23 heiligabend bekommt eine doppelseite der 25 eine einzelne unter 26 eine einzelne und dann bleibt noch die allerletzte übrig und so denke ich mal wird das ganz gut passen da ist das schon mal als kleine inspiration ich werde dazu aber auch noch mal ein bisschen ausführlicher noch was ich denke es wird ein blog post sein sicher wahrscheinlich kein video aber ein blog beitrag werde ich dazu noch machen ja ich sagte schon links stehen in der infobox ganz viel spaß damit alles ist ab sofort versand bereit ihr könnt also direkt loslegen vielen vielen dank fürs zuschauen wenn es euch gefallen hat dann freue ich mich wie immer über einen daumen nach oben und wenn ihr den kanal abonniert und für heute dann erstmal tschüss und bis zum nächsten mal